Prozent dann auch noch Mini-Zombies vor aber ich will mir die dann für schwieriger Level aufheben. Ihr habt ja dann vor uns gesehen dass die Sonnen da von den letzten Leveln da geblieben sind und das dauert jetzt zwar ein bisschen aber ich denke mal die Sonnen extra die ich mir von den vorigen Leveln behalte die werde ich garantiert noch brauchen ob der hier zu einem Leveln durchkommt ich werde hier mal noch einen den hier noch mit der darf jetzt mit futtern und wenn er tot ist wird der nächste beschworen das hätte ich eigentlich schon viel eher machen sollen ach nee Mist das war keine so gute Glanzidee von mir und hier ach Mist von wegen ja ich will mir alle aufheben das war ja wohl ein Satz mit x das war wohl nix verdammt so so das ist aber jetzt auch geschafft naja 275 ist auch nicht so schlecht für das die nächste Serie ich hatte mir etwas mehr erhofft aber naja gut gemacht aktuell ist ja jetzt 2 na dann oh Gott hier müssen wir jetzt erstmal überlegen oh Gott ich bin nicht so gut im überlegen haha rennen wir hier nach hinten ne da wird er weg ja vor dort aber wie sieht es hier mit einem Eimer-Zombie aus gar nicht ach nee ich würde gerade sagen wie sieht es hier mit einem Eimer-Zombie aus haha was denn der muss hier irgendwie weg und jetzt kann ein Eimer-Zombie kommen hier sind dann die meisten aber erstmal werde ich hier wieder mit Butter beworfen und schon wieder ach man sag mal manchmal folgst du folgst du Maiskörner und ne Ende schon wieder ne Butter ey das darf doch nicht wahr sein und schon wieder ne Butter n n das war's ich krieg nicht noch noch ein 50 Mist so mit zwei Folgen so ein bisschen nö nicht nochmal gut aber längst ist ja jetzt 2 gut hier hab ich alle gemacht wie sieht es denn in meinem Zen-Garten aus ne weiter ne dann machen wir jetzt mal den vasenbrecher das ist das wasenbrecher manche levels sind ziemlich schwierig schwierig viel Glück das ist gut mal gucken ob wir den noch brauchen werden nein mach ich den mal hier hin oh so zack 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 hier wollen wir den hinhauen und jetzt dürfte es doch eigentlich machbar sein in der Theorie ja in der Theorie ist es auch machbar super ob die Taktik bei allen so aufgeht weiß ich nicht werden wir mal schauen auf jeden Fall gibt es wieder Money aber nur 500 kein 1000 ob ich sonst für den Level Abschluss mein Gott was ist denn halt mit meiner Sprache los schlimm schlimm so 2 2 links 2 rechts ok 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 ja das ist nicht ganz so gut gerade ah gut Das wollte ich jetzt nicht gerade, aber hier kann ich den nochmal gut. So, die ist scharf, die Kartoffeln, die ist auch scharf, super. Aber es sieht, glaube ich, schlecht aus. Na, mal schauen, wie viele Kartoffeln, wie viele da bei der Kartoffelmine mitgenommen werden. Hoffentlich bitte, bitte bald auf einmal, das wäre nicht ganz so verkehrt. Juhu, geschafft, jippie, jay. Und wieder Money. Die dritte Vase. Die dritte Vase. So, das ist... M-Mist. Ach, verdammt. Das war verdammt, kacke. Also nochmal, das Level. Level? Level Neustart. Neustart. Okay, dann... Ein Neustart ist immer gut. So, falls dann doch einer durchkommen sollte. So. Ey, warum hast du denn hier meine Pflanzen weggenommen? Ey, das ist doch füß. Ach nein, verdammt, den da oben habe ich nicht gesehen. Ach, seid doch so doof, ihr Pflanzen. So. 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 Gut. Mache oder gemacht habe. Aber... Kennt man ja von mir. Oh, das sieht doch etwas knapp aus. M-Mist. M-Mist. Alles machbar. Zum Glück. So. Jetzt ist der andere gekommen. Verliere noch eine Hand. Super. Huh, doch noch geschafft. Und für wieder Money. Nee. Zwar noch keine 80.000, aber macht nichts. Und das nächste. Verkettung. Oh. Es werden ja immer mehr. So. Du rennst mal schön die anderen um. Oh. Gut. Oh. Mist. Verdammt. Oh. Gut. Super. Oh, das wäre dann auch geschafft. Oh. Oh. Selbst der ist ja jetzt ein bisschen angeknackst. Und dann habe ich ja noch den Pilz. Oh. Na, was heißt ein bisschen? Na doch, ein bisschen ist er schon angeknackst. So. Ich glaube zwei oder drei mal fressen. Von dem anderen. Und. Huh. So manchmal die werden echt schwieriger, schwieriger, schwieriger. Diese. Die Verkettungssachen. War ein neues Wasenbrecher. Der M steht für Metall. Karl. Und. ,, Ach nein, verdammt. Ach ne eh eh. Ach. Wir lassen ja ein Hauptmenü. Zen bili at es nix los. Ach, die Vasenbrecher, die mag ich genauso wenig. Ach. Und hier haben noch Überleben. Ich mach mal Überleben-Tag. Das ist ein schönes Level. Machen wir hier, hier. Den Hunderter. Dann nehmen wir den Zweihunderter. Den hier nehmen wir. Wir nehmen einmal den hier. Wir nehmen den hier, den hier, den hier. Und Saren den hier. Und Saren, auf die Plätze, fertig, los! Ach, ich hätte noch das Ding skauen können. Naja, egal. Fünf Flaggen lang, ob ich da Überleben kann. Weiß ich nicht. Aber ich versuche es. Ach, ein schönes Tag-Level. Das ist doch schön. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Los, komm, komm. Ich brauch noch schnell 100er, super. Und dann kann ich den jetzt auch ummetzeln. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, die Musik ist lauter geworden. Wartet mal, da muss ich mal kurz schnell schauen. Wegen den Einstellungen. Bin gleich wieder da. Nein, alle Einstellungen noch so, wie sie waren. Tja, keine Ahnung, warum die auf einmal... Ich habe das Gefühl, das ist lauter geworden auf dem Ohr. Wer weiß, wer weiß. Zauber am Berg. Brains. Badadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Hier ist ein Huni. Auch nicht schlecht. So, na meine Sonnenproduktion. Die nimmt doch langsam Farbe an. So, dann machen wir hier noch ein Huni. Und dann sind wir da erstmal. Safe. Und ich kümmere mich jetzt weiter um die Sonnenproduktion. Die Sonnen sind das Wichtigste. Wisst ihr ja.